Die zu veräußernde neue 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Leipzig. 2017 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 106 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 425.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017